mein rtl meins ist das jetzt ich übernehme den ganzen scheiß hier mein rtl meine lieben schlingel sind meine lieben schlingelinen ich grüße euch warum kam gestern kein video und das scheint zu laut zu sein der ingame sound sorry sound genau das ist das problem mein obs ist so ausgerastet dass ich und zwei mal pilze heiß dass ich überhaupt kein sound mehr hatte null ich konnte machen was ich wollte er hat ganz aufgenommen das hat mich genervt wie blöd also was habe ich gemacht hat gesagt nee habe ich keinen spaß dran und habe dann erst mal das aufnehmen beendet habe weil da meine alu gespielt musste ich ja irgendwie ich wollte ja wieder kommen logischerweise aber halt ohne aufnahme naja habt ihr noch ein bisschen an ob es umgedockt hat und habe dann bis zum stream gestern abends gerade so geschafft dass das ding gelaufen ist und ich dann da wenigstens stream so halbwegs anständig sound hatte ich bastel jetzt immer noch ein bisschen dran rum ich weiß jetzt nicht wie es ist ob ihr ob der sound so in ordnung ist ich hoffe es ich kann es aber leider nicht versprechen es wäre schön ja und deswegen kam halt gestern ein video und ja wie gesagt ich bastel hier noch ein bisschen rum habe auch das andere headset auf begründung ist das andere das bluetooth headset lässt sich auch nicht mehr laden das ist leider putt es ärgert mich richtig hart weil das war unglaublich angenehm das bluetooth headset das hier jetzt eher weniger nachteil von dem bluetooth headset war einfach die ohren schwitzen darunter wie sau und das ist sehr unangenehm wie ich finde aber so vom tragekomfort her es ist deutlich angenehmer als das ding hier was ja mal gucken vielleicht ist es ja nicht viel vielleicht ist ja noch ein kleiner wackelkontakt in der buchse ich muss mal gucken wichtig war mir erst mal das obs so halbwegs mal wieder ton aufnimmt das ist mein mikro wieder anerkennt und so weiter hat mich ein bisschen irritiert denn es gab kein update oder irgendwas weil meistens hat man sowas ja bei irgendwelchen updates das dann irgendwas entläuft war aber nichts ich jetzt fliege direkt auf die kamera ich habe mich gerade wunder was ist das für ein komischer schwarzer fleck also für ein da wollte gerade mal fame sein ihr ernst du assi ding er kriegst die dünne zu ich also fliegen so hier müssten wir eigentlich alles haben nachts ich nehme jetzt nur abends erst mal auf weil ich auch einen anderen server ja noch zwei pats brauche einmal stoner und einmal kuglitz und die halt nur dienstags nachts auftauchen morgen muss ja auch noch mal nachts aufnehmen für bofuchs netbo fuchs doch für bofuchs genau war schon richtig hier können wir erst mal wie die weltmeister mit was gehen ja gut aber auch mittwochs nachts und so theoretisch könnte ich auch auf lederrandtatz dann gehen muss ich mal gucken wie ich durchkomme bei dem so ob wir am thema bofuchs kollege schnürschuhe wie sieht es aus willst du irgendwann mal tiebe schlägen mann 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 war ja mit 139 wird er da nicht schaffen dann würde ich sagen wir versuchen es mit wasser 142 naja sehr schön sehr schön so muss das sein und hinein mit dir ja hier haben wir 37 prozent restenergie wir haben null prozent restenergie das heißt morgen beginnen wir mit dem mond portal akt 2 denn jetzt kommt der ritual ist oh ja dann kommen wir zum lieben bernd sehen was bernd das marketeer so anrichten kann oder ich mir was wir einfach ich habe die falsche maske offen ist das ist dann kein wunder ich würde mal ein versuch machen mit der richtigen maske wird zwar nicht viel ändern ich habe nicht das gefühl tatsächlich dass diese masken nichts ändern kann man erzählen was er will aber das macht ich mir keinen unterschied ja natürlich hat er mir ein kritten um die ohren mit acht millionen aus dem leben gebombt doch so gut der kleine ausraster muss jetzt mal kurz sein die acht sekunden warten wir noch ab dann nehmen wir eine neue quest an und dann mache ich wie immer weiter und so weiter und so weiter und so weiter ihr kennt das spielchen ja 250 das ist ein bisschen besser nehmen wir mit ein bisschen mehr erfahrungspunkte bin ich zwar nicht so heiß drauf aber man könnte sich ja sonst nichts und jetzt geht das spiel ich immer weiter ich mache hier weiter wir sehen uns gleich wieder bis gleich da bin ich wieder es geht weiter also wir gehen in die arena 6 von 10 kämpfe gewonnen das ist vollkommen legitim wie ich finde schreiben ihn ja an euch genau als bär er gut hat hat geklappt glück gehabt zerlegen zerlegen in die kessel in die kessel und hinfort dann zu den pets gefüttert haben wir alles dann würde ich sagen wir machen den ersten versuch mit bofuchs auf tivitsch bofuchs du machst dich echt langsam lächerlich genau genau so muss das laufen dann würde ich sagen gehen wir in den märchenturm und gehen zur guten holle die wolkenfee ich habe gestern natürlich beim ersten try auch gleich einer gelegt verdammt ich habe schon wieder die falsche maske auf nee das kann ich so nicht stehen lassen das kann ich so nicht stehen lassen das funktioniert nicht das funktioniert so nicht ok genauso schlecht läuft können wir jemanden abfarmen nein können wir nicht äh da läuft noch der aufbau und jetzt kommt's ich konnte ein paar flimmerkisten ziehen cool der apfel hatte gerade eine brille gehabt das ist cool gewesen so und der wird einfach so verauft so dann kriegt der stoner noch ein bisschen was jo und dann würde ich sagen war es das schon wieder bis gleich da bin ich wieder und es hat wieder geflimmert so wie das sein muss bei der arena bin ich durch für heute tatsächlich hier kommt in den kessel und kommt in den kessel richtig schön kohle bei ich fertig habe ich fertig super aber nach wie vor wuchs du hast einen job mach ihn doch bitte mach ihn doch bitte so again die wolkenfee ja genau so läuft das das wissen wir mittlerweile ein gegner sehr schön den nehmen wir doch den gönne ich mir wunderbar fast das hätte ja mal weitergehen können aber nee das spiel hat sich anders überlegt so und glücksrad eins zwei drei vier fünf wunderbar und der kommt auch wieder in den kessel auch gleich wieder cash so muss das sein läuft bei mir das heißt ich habe heute sogar schon 16 mal drehen können und da ist wieder eine flatterkiste die werde ich jetzt gleich starten und dann werde ich mich gleich wieder was soll ich sagen was soll ich sagen es ist der wahnsinn ist denn gerade so viele unglaublich viele flimmer kisten unterwegs ist freut mich so und mal unglaublich in der arena fertig so mein petz gefüttert 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 ideal so dann lieber bohfuchs hast du noch keine frucht bekommen aber bitte langsam wird es peinlich bro echt peinlich dann gehen wir zur holle die wolkenfee und hoffen dass wir sie jetzt vielleicht naja rg mir sich legen können hat auch nicht geklappt macht aber nichts ich würde jetzt gerne noch ein paar flimmer kisten ach komm bei 600.000 das lohnt sich wohl flimmer kisten technisch lohnt sich gerade so richtig hart aber ich muss halt auch immer schlafen denn immerhin haben wir jetzt gerade halb drei in der nacht klasse einfach nur klasse was anderes kann ich dazu nicht sagen es ist so geil nice und kommt schon die nächste natürlich kommt schon die nächste also ich schaue mir noch ein paar videos an nein erstmal schlafen hoffe dass morgen genauso viele videos mindestens da sind und dann würde ich sagen bis gleich da bin ich wieder und guten morgen für mich war dann achten zwischen so dann schauen wir mal jawohl naja fertig haben wir alles gerade verkauft das ist gut ist fertig ist fertig ist fertig und du bitte enttäuscht mich nicht du enttäuscht mich so dann der turm immer noch die wolkenfee die kuni muss nur einmal ausrasten das wäre echt unglaublich viel wert dann würde der kampf auch mit sicherheit funktionieren ne einfach nicht so hier nochmal ausbauen damit wir auf dem selben level sind und ja das war es vorerst ich klicke hier wie immer ein bisschen weiter und dann sehen wir uns gleich wieder bis gleich ja hallo gehen da bin ich wieder wir haben wir wieder ein bisschen was angesammelt der kommt dahin dann also weil die will ich eigentlich gar nicht so abfahren so als erstes geben wir wieder mal bofuchs auf die nerven ich hoffe dass ich heute noch irgendwann mal wenigstens eine zitrone finde es ist so schlimm ich bin ich gar nichts und hier gehen wir wieder zu holle die wolkenfee oder irgendeine chance haben da irgendwas normalen treffen wir das nix wir müssen kritisch treffen das ist wichtig ja genau so auch nicht nur einmal danke auch nicht nur zweimal danke so muss ein versuch aussehen so läuft das und da haben wir wieder sockenbomben wunderbar so mage wie sieht es denn bei dir aus 261 aller attributen ne dann sind die hier tatsächlich obwohl kann ich die auch bei mir anlegen ach ne ich hab ja kundierequipment ich bin zwar so eine art mage dingens kirchen aber kundierequipment ich vergesse es jetzt mal wieder es gab nicht eine flimmerkiste also sie scheinen nachts aufzutreten und tagsüber halt einfach gar nicht aber gut was willst du machen ich beobachte das ganze weiterhin bis gleich es flattert 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 und flattert wir haben 200 lucky coins das heißt wir können morgen 10 mal drehen ja es ist so toll damit können wir den tag auch zum abschluss bringen ähm wir verkaufen wir verkaufen und jetzt gucken wir mal was wir alles skillen können ist ja so da ich ja gestern kein video gemacht habe habe ich natürlich auch das gold aufgespart denn ich skille immer gerne im video damit ihr das auch so ein bisschen nachvollziehen könnt was ich da eigentlich mache jawohl das ist so ein bisschen mein plan dahinter ach Gott da habe ich jetzt wieder aufgepasst da ist der monkey wieder glücklich oh wie glücklich der ist ähm ja okay haben wir das auch abgeagt dann gehen wir wieder über die Pads leider hat der gute Bohrwuchs ja keine einzigste Bäre heute bekommen das ist sehr schade deswegen stellt er sich nach wie vor sehr bescheiden an gegen Tiewicz aber ich bin dafür wir tun jetzt gegen Bernd kämpfen Bernd war doch ein Magier heute ist das komplett falsch im Kopf ne war ein Magier genau aber halt auch mit 1111 da bin ich natürlich auch ich muss unbedingt mehr Intelligenz skillen fällt mir gerade auf oder zumindest mehr Intelligenz Steine reinsetzen denn ich habe hier dreimal Ausdauer Steine drin und dann hier nur so schlechte Intelligenz Steine das ist sehr schlecht oh ja da wird Zeit dass ich da ein paar Intelligenz Steine reinkriege das wäre ganz wichtig so dann wollen wir hier nochmal angreifen jawohl das passt ja wunderbar weiter 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 mehr 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 das ist ein sehr guter Anfang das bleibt beim guten Anfang schade wieder ausbilden in die Unterwelt Gold holen Gold ist immer wichtig immer Gold merkt euch das Gold in der Gilde war ich so frech und habe den Raid nochmal gestartet und jetzt gehen wir in die Ernhalle Rang 408 die Top 400 kommen immer und immer und immer näher ich bin schon auf einem sehr guten Weg und das gefällt mir auch sehr gut aber es wird noch ein hartes Stück Arbeit bis nach ganz oben aber ich bleibe dran die Gilde Nummer 10 wir führen die Top 10 an so wie das sein muss die Festung Rang 353 die Pets 377 und die Unterwelt 334 ich Blackmonty ich sitze dir im Nacken du kannst nichts dagegen tun und Corazora rasiert hier unglaublich extrem das ist ja absolut krank Zwerg und Clemix sind ziemlich auf dem selben Niveau 122 eher wie bleibe ich gerade mal 47 naja kommt bitte ja dann war es das für euch ich danke euch für eure Aufmerksamkeit grüßt eure Eltern besonders Vater und Mutter wenn ihr niemanden seht braucht ihr nichts zu sagen bis morgen adios los her ich vier Untertitelung des ZDF für funk, 2017